Oh man! Ne, warte, warte, warte. Ich hab ne Idee. Wenn ich in ein anderes Gebiet gehe, könntest du wieder kommen. Könnte, ja. Könnte. Da auch noch ein Schrein. Komm schon, lad dich auf. Kein Schatten. Ist das kein Schatten? Ich mein, hier sind Sonnenstrahlen. Natürlich ist das Schatten. Hör auf. Nicht schattig genug. Was ist ein Keks unterm Baum? Ein schattiges Plätzchen. Da bin ich wieder. Sehr gut. Äh, gut. Wieder zurück? Ja, trotzdem Feuer, oder? Ja, erstmal Feuer. Wird schon angefangen. So. Zack. Komm schon, komm schon, komm schon. Okay. Zack, so. Dann erstmal wieder hoch. Das ging... Das ging... Hier lang? Nein, doch. Hier. Hm. Marco? Jetzt aufmerksam, ja. Ich gebe dir einen Tipp. Lass dich nicht sehen. Hier kannst du Leiche noch wegschleppen. Echt? Ja. Hier bist du auf diese Weisheit gekommen. Weiß nicht, ich hab festgestellt, wenn die Gegner einen sehen, dann werden sie aggro. Aha, krass. Irgendwie ganz komisch. Hier ist auch noch eine Leiche. Sind da gar keine Leichen. Echt? Mit Flecken, ja. Haha. Aber du kannst auf jeden Fall was wegsaften. Kann was wegsaften, ja. So. Naja gut, aber so aufmerksam sind sie jetzt auch nicht. Ist nicht aufmerksamer als vorher. Ja, immerhin haben sie schon gezogene Schwerter. Auch wieder war. Sehr gut. Das war der Arsch. Was? Was? Nein. Hör auf. Haha. Double. Sehr gut. Synchron getötet, ey. Ah, sehr sehr gut. Alter, ich hatte aber echt schon Angst. Läuft aber grad ganz gut, trotzdem. Ja. Besser als vorher. Das stimmt. Vielleicht muss man einfach durch die Map pushen und immer alles töten, was gerade sich so ergibt. Ja, denke ich mir auch. Kann nicht so viel denken. Planen ist voll für den Arsch. Ja. So. Ähm, ich spring sonst dem hier unten auf den Kopf. Aber Vorsicht bei diesen zwei, ne? Aber welchen nimmst du denn? Oh, warte. Ich kann da eine Falle ransetzen. Oh, ja. Was? Oh, dem auch. Gut. Oh, ich habe hier nochmal eine Tötung aus der Luft gemacht. Ja. Haben wir jetzt hier alle? Ja. Oder? Weiß ich noch nicht. Also, ich sehe auf jeden Fall nichts mehr. Was ist das hier? Ich gucke mal eben nach. Ah, ha, 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 ha. Ich sprinte mal hier ein bisschen durch, ja? Mhm. Sollte ja nichts passieren, eigentlich. In der Mitte ist auf jeden Fall hier der... Oh. Das Kugelgedinge. Zack. Eine geschafft. Noch drei übrig. Boah. Und hier hinten ist die Schriftrolle. Wo denn? Ja. Ah. So, dann kann ich das jetzt lernen. Kunai. Cool. Kunai. Ziele auf einen entfernten Feind und drücke E, um ihn mein Kunai zu töten. Zack. Und gleich plus Kunai. Was bringt das jetzt? Mach deinen Kunai absolut geräuschlos. Niemand wird deinen Opfer schreien hören. Geil. Oh, geil. Alles klar. Das will ich auch echt mal ausprobieren gleich. Ja. Dann auch zum Wasserschreien, oder? Äh, ja. Ja. Äh, ja. Im Wasserschreien. Ah. Ah, hier können wir raus. Blubber, blubber, blubber. Irgendwie können wir hier raus. Ach so. Äh. Äh. Gut. Aufladen? Ich kann nicht mehr aufladen. Musste ja da durch. Aha. Nur für dich. Aha. Ne, alles gut. So. Hier kannst du dich aufladen. Bereit machen für den Wasserschreien. Hä, hä, hä. Komm schon, komm schon, komm schon. Danke. Ne, geht schon. So. 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 Erstmal wieder Banmoku machen. Mhm. Da seh ich schon einen. Ich mach meinen Banmoku. Busch. Aua. Okay. Geht, geht. Hält sich in Grenzen. Wird schlimmer erwartet. Nicht so schlimm wie Feuer, glaub ich. Wie Feuer? Ne, Feuer war schlimmer. Zwei Bogenschützen, ein Bogenschütze oben. Oh. Geil. Ich hab den Bogenschützen gleich mitgenommen. Oh, nice. So. Den anderen hol ich mir auch mal eben. Du musst auf jeden Fall wieder feststellen. Manchmal geht schnell irgendwie auch besser. Ja. Ach, ich könnte den da hinten weg. Wo ist der Nächste, der? Unten. Ah, der kommt grad hoch. Ne, ist nicht so gut. Kannst du den links machen? Dann hau ich... Ne, scheiße, scheiße. Da kommt jetzt auch einer von rechts. Arrk. Er kommt hoch. Was, was, was? Nein. Oh, gut. Das war Knipp. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. In den Schatten. Die da hinten könnte ich alle weg schnibbeln. Alter, hat das ne Reichweite. Der da oben auf dem Tresen steht, den könnte ich auch weghauen. Hm? Über der Brücke da gerade aus. Soll ich? Oh, ja. Jetzt ist er gerade hinter ne Säule gegangen. Da ist er. Da ist er. Und... Kuhleit-Tötung. Oh Gott, da hinten ist einer. Oh Gott. Das sah gut aus. Oh, der ist einfach dahin umgefallen. Ja, knack. Oh, der ist ja geil. Zwei leider auch noch. Beide schon, ne? Ne, ich hab beide verbratzt. So, bei mir wird noch eins auf dem Rücken angezeigt. Stimmt. Ach ne, das ist Ponmuku. So. Ich hab grad schon gewechselt. Ah. Ah, dem muss ich auf jeden Fall ein Zeichen draufsetzen. Hinter dir. Hinter dir ist einer. Alter. Zack. Boah. Gut. Ah, guck mal hier ist schon ne Schriftrolle. Oh geil. Fähigkeitspunkte. Hm. Meine Katze hat grad neben mir auf dem Tisch gesessen und in der leeren Müsli-Schüssel geschlabbert. Und ich hab's nicht mitbekommen. Scheiße, war ich konzentriert. Böse Katze. Aus, böse Katze. Jetzt ist auch zu spät. Ah, treff ich den anderen damit? Ich weiß es nicht. Ich probier's aus. Oh kacke. Also nur aufmerksam geworden. Scheiße. Müsst also echt ziemlich nah beieinander stehen, wa? Ja. Du nimmst den oben? Ja. Oben ist weg. Ja. Ja. Du denkst sie so, hm, war wohl nichts. Hä? Das war ein riesengroßes Portal, hm? Einfach so? Komisch. Muss ich mich wohl geirrt haben. Hä? Yosemitsu ist auf einmal weg? Hm. Na egal. Fühle ich das Gespräch halt alleine. Den hier oben hab ich weggewurstet. Unten hast du grad auch noch einen erwischt. Ja. Ach du Kacke, wie hoch kann man denn hier? Ist hier sonst noch irgendwas? Deaktiviere die Lichtbarriere. Ne, wir haben alles, glaube ich. Okay, dann mache ich hier mal. Wie kommen wir denn da rein? Zack. Ich habe hier eine äußere Barriere deaktiviert. Ach so, ah, okay. Toll, Bergfest. Was? Was? Toll, Bergfest. Stimmt, ach ja, Bergfest, Halbzeit. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Bergfest ist so... Ja, so selten benutztes Wort für Halbzeit. Hast du recht. Ich musste aber auch erstmal nachdenken. Ich dachte gerade so, was will die jetzt? Wieso können die anderen... Doch, da, da. Oh, da war eine kleine... Nein, komm schon. Da habe ich doch eben so eine kleine... ...kleine Möglichkeit gesehen. Ah. Ja, Spiel ausgetrickst. So. Aber wo sind hier denn noch welche? Das sind keine mehr. Wieso? Oh. Hä, wieso sind da noch welche? Hä? Also, ich dachte, wir hätten hier drinnen noch zwei andere. Warum? Weiß ich nicht. Also, Bergfest gesagt hat. Ach so, nein. Weil ich die, äh... Weil ich den Schrein kaputt gemacht habe. Oh. Dieses komische Ding. Weil wir müssen ja vier Stück kaputt machen und wir haben jetzt zwei. Ja, so. Deswegen Bergfest. Ah. Jetzt gehen wir zu Erle. So, ich gehe mal kurz rein. Mach Bonmoku und dann komme ich wieder raus. Oh Gott. Da ist ja schon einer. Na gut. Bonmoku von hier. Zack. Äh, wo ist der Schrein? Da ist der Schrein. Man kann hier hoch. Das ist gut. Oh, was? Ah, ich komme doch schon von außen hier aufs Dach. Ich bin in der oberen Etage. Ja, ich auch. Gut. Hier ist ja gar kein Schatten. Könnt ihr einen schon wegnehmen? Ja. Aber nicht, wenn, wenn, wenn... Ah, scheiße. Bist du denn da? Ja, ich bin noch näher. Gut. Oh, da ist ein Bogenschütze. Nicht im Schatten gerade, ja. Oh Gott. Soll ich den Bogenschützen wegrauen? Ja. Der Q9. So zwei Stück oben. Ja. Hm. Wieso kann ich das von hier aus nicht? Jetzt geht's. Zack. Jetzt. Gerade weggedreht. Vielleicht den anderen auch? Ja. Zack. Nice. Das ist natürlich richtig gut. Weil die standen da echt scheiße. Ganz abseits. Aber ich glaube, das waren auch die einzigen, die da oben waren. Glaube auch, ja. Wenn der andere Typ jetzt noch ein Stück zurück geht, dann kriege ich die beide. Oh ja, 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 und? Jetzt. Geil. Weiter auf Einschlag. Der Hammer. Ah, hier ist eine Schriftrolle bei dem Bogenschützen. Echt? Und wieder vier Punkte. So, wo denn? Äh, hier hinter der Säule. Haben wir schon alle hier? Kann sein. Ne, was? Nein, doch. Oh. Ja, das war echt... Hm. Ne, hier ist noch einer. Ich wollte schon sagen. Soll ich nochmal ein Banmoku machen zur Sicherheit? Von hier oben? Ja, kannst du machen. Ein Sicherheitsbanmoku, ne? Oh, okay. Ah, sind doch noch einige. Dem einen hier springe ich mal eben auf den Kopf. Ja, hab ich mir auch gerade gedacht. Zack. Oi. Was krass ist, mittlerweile sind wir ja schon so gut dabei, dass wir die einfach so lockerflockig wegrocken können. Ja, wir sind schon gar nicht so schlecht. Ne. Ne. Manchmal doch, aber... Ja, manchmal so ein paar bescheuerte Patzer. Aber ansonsten... Ah, aber das ist auch... Es macht aber auch Laune, weil das so... Ah. Hm. Ah, hm. Ich weiß nicht mal, was ich als nächstes skillen sollte. Ich auch nicht. Aber vielleicht im linken Bereich was. Ja. Ne? Wieso kann ich da nicht ran? Na, scheiße. So. Dann haben wir hier alles, außer das Wichtigste. Aua. Ein Schattensprung zu einer Kante. Bitte, 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 die Wache töten. Beschleunigt Schattenessenz-Auffrischung. Find ich gut. Äh, hm. Muss man zuerst die Kantentötung lernen. Äh. Denk mal, das mach ich wohl. Was denn? Wie kommen wir denn zum Zentrum hier? Weiß ich nicht. Wo muss es hier eine Kugel geben, die wir nicht sehen. Ne, in der Mitte. Achso. Die andere Kugel. Ja, eine andere. Ja. War da was blau geleuchtet? Ne, doch nicht. Hä? Wird hier schon dreimal drum herum gelaufen? Wahrscheinlich im Erdgeschoss. Erdgeschoss. Oh, Mann. Siehst du? Weil wir sind im Erdelement. Ja, ja. Und er sagt, ich mach schlechte Witze. Ach, ja. Ja, machst du auch. Aber ich mach noch beschissenere. Na, das will ich aber nicht gemeint haben. Hä? Ich werde beschleuert. Bescheuert. Beschleunigt. Beschleunigt. Beschloppt werde ich. Hä? Kommst du von hier? Ja. Ah, ich hab sie. Ja. Ja. Kommst du von hier? Ja. Ich hab die Kugel. Zack. Gut. Jetzt geht's in die Mitte. Und dann. Hä? Hä? Komm ich nach oben? So. Hier ist immer noch eine Barriere. Barriere, 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 no meh. Jetzt nicht mehr. Ah, okay. Barriere, Barriere, no no. Oh, no no. Oh, oh, oh no no? Oh, na nee. Oh, na nee? Oh, oh, na nee. So. Dann haben wir jetzt alles. Nee, eine müssen nur noch. Stimmt. Eine müssen nur noch. Bin ich denn hier? Weiß ich nicht. Das frag ich mich die ganze Zeit, wo du bist. Ah. Na, kommen sie rein. Können sie rausgucken? Boah, erst mal Schatten. Da. Hast du einen Son Goku schon wieder aufgeladen? Äh. Ja. Irgendwie habe ich nichts verbraucht. Wieso? Nee. Hä? Bei mir ist dein Zeug weg. Echt? Dein Umhang ist grau bei mir. Aha. Öffne einfach mal. Sicher, sicher. Irgendwie synchronisiert der nicht alles so. Nee, macht er nix. Ganz top. Macht er nichts. Jetzt geht's in den Bereich der Luft. Dann mache ich es wie eben. Ich gehe rein. Mach das Luftzeichen. Und dann. Luftzeichen? Äh, Luftzeichen. Oh, der Haupteingang ist versperrt. Echt? Ja. Oben können wir rein. Wieso bin ich da eben nicht rangekommen? So, ich mache mal eben meinen Banmoku. Zack. Und dann gehe ich nochmal kurz zurück. Boah. Bogenschützen. Ja, das sind halt auch die Luftwächter hier. Und dann lade ich mich nochmal eben wieder auf. Zack. Bogenschützen kann ich jetzt gut ausschalten. Mhm. Aber nicht so viele. Einer schon mal weg. Zweiter weg. Aber das doof ist, er liegt hier ziemlich scheiße. Schaffst du es so schnell zu mir? Sehr gut. Boah, hier stehen zwei Stück gerade richtig gut. Für dich. Da, die beiden. Oh ja, stimmt. Oh Gott, kack. Jetzt geht er weg. Schade. Das ist blöd. Dann ist ein Bogenschütze, der steht da ziemlich scheiße alleine am Arsch der Welt. Oh, den werde ich wahrscheinlich mit dem Kuna weghauen. Kommt der hierher? Der kommt nicht hierher. Oh, der kommt hierher. Ah. Ich komme in der Ecke. 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 Ja, oder hinter ihn. Nein. Nein. Was machst du mit einem Gummischuh? Achso, du hast da ein Zeichen gelegt. Ja, ich habe es gerade gedrückt, als es noch richtig angezeigt wurde und dann gerade rausgegangen. Soll ich den Typen da hinten mal wegrocken, den Bogenschützen? Ja. Wasch. Ins Genick. Wascht schon. Ja, zack und. Oh, da war einer. Was gehört? Was gehört? Ich habe die Schlange angehört. Ich habe die Schlange gehört. So, kommst du zum Bogenschützen auch? Oh, ich habe keinen Schatten. Aufladen. Ja. Oh Gott. Ich musste gerade mal eben schnell den Kunai verschwenden. Ich bin mich hier runtergesprungen und der stand genau hinter mir. Eigentlich wollte ich ihn markieren, aber ich habe eh gedrückt. Naja. In gewisser Weise habe ich ihn markiert. Wieso ist denn der da oben so aufmerksam? Weiß nicht. Ich glaube, der hat die Leiche ganz kurz gesehen. Da war ganz kurz. War da was? Ich habe irgendwas gesehen. Irgendwas war da. Wohl nur der Wind. Ja, du bist ja auch im Schrein des Luft. Des Luft. Des Luft. Der wenigstens können wir beide nicht reden. Oh. Was hat denn da die Falle aktiviert hinterher? Ich wollte das so einfach mal zünden. Achso. Dass die ganze Zeit da schon rumgeleuchtet hat. Zack. Ja, achso. Au, geil. Wir haben das. Ja, wir müssen auch alle umbringen. Ja, ich mache nochmal Bon, äh, Bon Raku hier. Okay, es sind echt nur die beiden. Hm, krass. Nani. Äh, Nani? Nani konee. Hutsashi no Deo. Aua. Zack. Was denn? Was denn? Oh man, einfach drauf zu. Weißt du auch. Wie gesagt, Sprinter Cell. Ja komm, Schleichbonus kriegen wir eh nicht mehr. Nee, leider nein. Leider nein. Leider gar nicht. Gut, dann haben wir das. Oh, ich hoffe, wir haben alle. Ja, ich auch. Also ich habe zweimal Banmuku hier gemacht. Also wenn jetzt noch hier einer ist, dann hat er sich mal versteckt. Dann muss er sich nicht wundern, dass er hier nicht aufpasst. Gut. Hä, die Luftdissens wurde zerstört? Was? Ich war doch den ganzen Tag auf dem Klo. Ich komme nicht hin und wieder raus. Einfach wieder über das Dach. Welche Richtung? Ja. Zorro. Ja. Haben wir da eigentlich stimmt? Haben wir die Schriftrolle? Haben wir gar nicht. Scheiße. Ah. Wie liegt da noch in der Mitte rum hier? Wie kommt man da hin? Hier liegt genau zentral. Hier unter. Ah, hier. Hier habe ich einen kleinen... Ah, hier ist ein Eingang. Genau zentral? Ja, genau im Zentrum dieser ganzen Ebene. Ach so, noch weiter unten? Ja. Ah, da. Genau zentral. Gut. Super, jetzt haben wir aber alles. Oh Mann, das läuft ja wie geschnitten Brot hier. Ähm, so. Äh, wo müssen wir jetzt hin? Der letzte Abschnitt, Marco. Der letzte Abschnitt. Oho. Ach, die Mitte. Das Zentrum jetzt. Ach so. Will ich wieder aufladen? Ding, ding, ding. Äh, kommt da jetzt noch was oder machen wir jetzt hier auch was kaputt? Keine Ahnung. Äh, ach, wir gehen jetzt diesen verfluchten Turm hoch. Ach, du meinst. Der verfluchte Sonnenturm. Der verfluchte Sonnenturm mit diesen verfluchten Sonngötten. Äh, Gotten. Oh Gott, oh Gott. Endlich, schnapp es dir und dann hauen wir ab. Das, das ist meine erste Begegnung mit Io. Ich hatte meine Puppe im Wald verloren und er hat sie gefunden. Ich wollte gegen ihn kämpfen, aber er, er war einer der Anführer der Daku Daga, wie mein Vater. An dem Tag hat sich mein Leben nochmal geändert. Ich wurde Teil der Daku Daga, Daku Daga. Io war mir wie ein zweiter Vater. Eww. Was? Egal. Er sah stark aus. Oh, das war er. Io stellte sich der Kaiho-Invasion in vorderster Front entgegen. Er hatte den Krieg wohl überlebt, ist aber später an zwei Hauptmännern der Kaiho gleichzeitig geraten. Weiß nicht, ob er es geschafft hat. Ja, Miko? Auslaufzeichen. Spürst du das? Es ist eine Falle. Nach oben, Aragami. Nein, dieser verfluchte Sonnenturm mit seinen verfluchten Sonnenstrahlen. Sonnenstrahlen, ach du Kacke. Ähm, ähm, wo ist denn die Öffnung, wo ist denn die Öffnung? Da ist die Öffnung. Nein, nein! Oh Gott. Hättest du denn das ausgedacht? Welcher Sonnentäufel? Ich weiß nicht. Achtung, da kommt ein Strahl auf dieser Ebene. Ja, ja, ja. Aber wir können in der Mitte auch gehen. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Ja, ich muss mich konzentrieren. Ich kann nichts anderes sagen, außer ja. Ja. Vorsicht, Marco. Nein! Oh, das war knapp. Das war echt knapp. Oh, ich hab keinen Saft mehr. Nein, mir wurde der Saft entzogen. Hier, geh hier lang. Geh hier lang. Mist. Ich konnte mich nicht mehr bewegen. Ich konnte nichts. Scheiße. Ah, guck, nun ist es an dir. Stimmt, da drinnen, da sind die Genta. Äh, muss in die Öffnung. Ich seh die gar nicht. Äh, die ist gerade über dir. Genau über dir. Aber der Strahl ist auch direkt hinter dir. Ach, da. Schnell. Und. Fuck. Ja. Fuck, nein. Jetzt bin ich schwarz. Fuck. Das war knapp. Egal. Boah, was für ein Dreck. Zack. Zack. So, in der Mitte, nicht? Ja, in der Mitte ist immer gut eigentlich. Oh Gott. Ja, aber ich glaube, zum Springen sollte man ein bisschen an den Rand gehen, habe ich mir gerade gedacht. Was? Was? Oh. Ich war doch so weit weg von dem Blitzelding. Das ist gemein. Von dem Blitzding ist da. Ja. Vorsicht, Strahl. Vorsicht. Oh Gott. Oh. Jetzt ein bisschen geradeaus zur Wand. Genau. Perfekt. Oh, gut. Machst du das. Oh, gut. Machst du das. Das ist der Ausgang. Springen. Ja. 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 Das war knapp. Das Licht. Wir müssen verschwinden. Das kann niemand übersehen haben. Na, komm mal. Hey, hier. Aragami, was? 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 Das ist, Marco? Schatten und Sonne. Ah, mein Kopf. Was ist los? Der Krieg. Nishoku und Kaiho. Wo, die alles endete. Aragami, wovon redest du? Es muss für das alles einen Grund geben. Die Visionen verraten etwas Wichtiges. Über den Krieg. Aber ich verspreche nicht, was. Ich verstehe nicht, was. Den Krieg? Ja, den... Den Krieg. Das habe ich doch gesagt, oder? Diese Erinnerungen handeln vom Krieg. Von dieser Gegend. Die müssen aus der Vergangenheit eines anderen Menschen kommen. So wie ich deine Erinnerungen sehen kann. Aber diese hier gehören zu... Der Quintel. Ich kann es mir denken. Kannst du das? Der General der Kaiho, der Anführer der Kaiho-Armee. General der Kaiho. Ich habe ihn... Nee, ich habe in der Vision Hyo gesehen. Er war in der vordersten Reihe, so wie ich es dir erzählt habe. Das ergibt Sinn. Immerhin bist du ein Aragami. Amiko? Du bist ein Wesen der Rache, Aragami. Als ich das Beschwörungsritual durchgeführt habe, war ich auf der Suche nach jemandem, der Rache für mein Volk üben würde. Dein Geist hat meinen Ruf gehört. Du würdest an mich gebunden. Aber du warst auch an jemand anderen gefesselt. Der General der Kaiho war der Mann, der uns im Krieg die Vernichtung gebracht hat. Er hat mich zerstört. Und mein ganzes Volk. Er ist das Ziel meiner Rache. Unserer Rache. Ziel? Die Erinnerungen sind also seine? Bin auch an ihn gebunden? Heißt das, mein Ziel ist es nicht, dich zu retten, sondern ihn zu töten? Ich glaube schon. Sie sind hier. Wir müssen verschwinden. Jetzt. Plopp. Ist das ein Fisch? Herr Fuck. Ah, gut. Mann. Aber Rang B. Guck an. Hallo? Ist doch nicht nur B. Was heißt nur B? B ist doch nicht schlecht. Ah, geil. Ja, super. Alle meine haben wir alle erwischt. Haben wir? Stimmt. Alle Bedrohungen. Ja, ich hatte schon Angst, dass irgendwo noch welche rumstehen. Das weiß man ja manchmal nicht. Aber alle sechs gefundenen Sammelobjekte. Geil. Oh, ja. Und keine erneuten Starts. Keine Alarme? Keine Alarme? Keine Alarme? Hm. Ach so. Nee, das ist der Bonus. Ach so. Okay, ja. Gut. Dann macht's Sinn. Wir haben den Bonus nicht gekriegt für keinen Alarme. Mano. Oh, Mano. Ja, das war für diese Folge. Und wir machen weiter beim nächsten Mal. Und bis dahin. Auf Wiedersehen. Coupon. Untertitelung des ZDF, 2020